Seid ihr herzlich willkommen. Channeling aus der Bibel. Was ist die heutige Botschaft? Schauen wir gleich auch an. In deine Arbeit bringst du Leistung. Aber jemand will dich etwas befehlen. Das musst du nicht erlauben. Sonst bist du Opfer. Dort opfere dich nicht. Aber du musst es nicht ansprechen. Mach das Edel und geh aus dem Weg. In deinem Schicksalsweg fühlst du dich noch gefangen. Beobachte das. Was ist das, was dich gefangen hält? Und dieses Jahr kommen Veränderungen. Und das war die Channeling aus der Bibel. Wenn euch diese Aufnahme gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr das liked oder meinen Kanal abonniert. Ihr könnt eure Meinung auch schreiben im Kommentar. Vielen lieben Dank. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Eure Dendera